Haben Sie schon gewählt? Nein, dieses Mal noch nicht. Wir halten nämlich nichts von Briefwahl, deshalb gehen wir doch in ein richtiges Lokal, wie Sie sehen. Können Sie uns vielleicht etwas empfehlen? Wir haben die freie Wahl zwischen allem, was auf der Karte steht. Alle vier Jahre ein Kreuz machen, das reicht uns jedem nicht. Im Grundgesetz steht doch, dass es Wahlen und Abstimmungen geben soll. Ha, Volksentscheide haben wir nicht. Das wäre aber gut. Wir brauchen viel mehr direkte Demokratie, Basisdemokratie und politische Mitbestimmung. Seit vielen Jahren werden nämlich im Bundestag fast nur Gesetze beschlossen, die den ausdrücklichen Interessen der Bevölkerung zuwiderlaufen. Wissen Sie, es gibt da etwas nach einem neuen Rezept. Das könnte ganz nach Ihrem Geschmack sein. Wenn Sie vielleicht einen Blick auf unsere Spezialitätenkarte werfen möchten. Sehr gerne. Berh214-geräusche Boca Wohlfong Boca Wohlfong Boca Wohlfong Vielen Dank.